Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Lost Ark Video und zwar geht es im heutigen Video um Portal 2 von Walter Normal und wir nehmen den ganzen Run den ich hier gemacht habe so stückweise auseinander und ich versuche euch zu erklären wie das so abläuft und was ich alles inzwischen so über den Raid gelernt habe. Der Raid ist ohne Ton, also das heißt wir haben das Voice komplett rausgenommen, damit man mich halt nur erklären hört, aber bevor wir in das Video durchstarten, wollte ich einmal anmerken, ich bin in der ersten Woche Walter mit der Gilde Mobile Sterbehilfe vom Server Mokoko gelaufen. Da kann man sich an Bambaroga oder Kelno wenden, das sind richtig liebe Leute, das ist eine super liebe Gilde, also wenn ihr noch eine Gilde sucht, dürft ihr euch gerne mal bei denen melden, wie gesagt Mokoko Server, Mobile Sterbehilfe. Die sind richtig gechillt, ansonsten wenn ihr auf Aster seid, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin in der Gilde High Heavens, wir suchen auch noch aktive Leute, ich versuche die Gilde jeden Tag ein bisschen größer zu ziehen und noch ein paar Leute ranzuholen, deshalb sind immer wieder gerne Leute willkommen. Man muss halt bei uns als Aufnahmebedingungen zumindest im T3 Bereich sein, damit man genommen wird. So, nichtsdestotrotz starten wir jetzt mal weiter rein in den erfolgreichen Run. Erstmal ein bisschen kurzgequatsche vorne halt, ich habe nochmal kurz in den Gilden Chat reingeguckt, alles whatever sage ich jetzt mal. Da wurde noch ein bisschen drüber geredet, dass einige von uns halt schon Walter hart laufen konnten, ich konnte halt noch nicht, ich habe den Gearscore von 1, 4, 4, 5 noch nicht gehabt. So, bevor wir in die Arena reingehen, die Items, ich meine logisch, man hat lila Heilpots schon aus Prinzip, die heilen mehr, man hat 7 Stück zur Auswahl. Wenn man mal richtig, ich sag mal, sich falsch bewegt, kann man damit heilen. Im zweiten Slot entweder Korrosion, hat aber nur einer. Eine einzige Person von euch hat eine Korrosionsbombe dabei, der Rest Zerstörung. Siebenmal Zerstörung. Wie die Mechanik dazu ist, da kommen wir gleich zum dritten Slot. Ihr könnt Finsternisgranaten für einen DPS-Boost nehmen, ansonsten alternativ Flammgranaten. Der Boss verwurzelt, friert ein, wie auch immer, ihr wisst, wo die Leiste ist, und zwar drei Leute aus eurem Team. Und wenn ihr die nicht schnell genug befreit, seid ihr im Endeffekt gewiped. Also für jede eigene eingefrorene Person gibt es da einfach mehr Schaden, und die Attacke tut megamäßig weh. Deshalb finde ich sowohl als auch, beziehungsweise ein guter Mix zwischen beiden ist da eigentlich ganz in Ordnung. Und im letzten Slot einfach ein Zeitgefriertrank, weil wenn ihr mal nicht irgendwie in eine Safe Zone kommt bei irgendeiner Mechanik, rettet euch dieser Trank. In den meisten Fällen, wenn es nicht gerade eine Wipe Mechanik ist, einfach das Leben. So, wir springen jetzt in die Arena rein, und der erste Move ist, dass man nach rechts geht. Wir positionieren uns hier jetzt rechts vor dem Turm, weil Waltern macht jetzt eine Drehung. Ihr seht, es ist eine Drehung. Die Drehung gibt es einmal mit einem roten Kreis rum, da bewegt er sich nicht vom Fleck. Einmal ohne einen roten Kreis, da rotiert er hinter euch her. Wenn er das durch hat, haut er jetzt einmal auf den Boden. Und bei dieser Attacke, ich kann jetzt schon mal eine Granate werfen, weil die hält 20 Sekunden. Das ist die eine Korrosionsbombe, die fliegt, der Rest wirft noch nicht. Aber er haut einmal auf den Boden, und er macht das 1, 2, 3 Mal. Dann kommt eine rote Fläche und er chargt. Und das Ziel ist es, dass er in eine Außenwand chargt. Also ihr seht hier rechts diese Türme, wo auch die blauen Kugeln drauf sind und diese Außenwände. Und wenn er da reingeht, dann ist er sozusagen für einen kurzen Moment down genockt. Und dann kommen halt die Zerstörungsgranaten, beziehungsweise Zerstörungs- oder sogenannte Teilbruchfähigkeiten hinterher. Damit man Rüstungstecks runterbekommt. Er hat zwei Stücke am Anfang. Das Ziel ist es, die runterzubekommen. Wenn er die in dieser Phase nicht runterbekommt, hat er für den ganzen restlichen Zeit den Buff. Und das ist einfach ein Damage Reduce für den Boss. Das haltet ihr safe nicht durch. Das heißt, wenn ihr die nicht vor 130 HP im Normal-Mode runterbekommt, habt ihr eine ziemliche Arschkarte gezogen. Dann wird die ganze Sache halt einfach mal auf einem ganz neuen Niveau schwieriger. Also wie gesagt, da fliegt die Korrosionsbombe. Bob, 1, 2, 3, rotes Ding. Wir gehen raus, sieben Bomben werden draufgehauen. Jeder macht die Teilbruch-Skills drauf. Und ein Stack ist runter. Ihr seht, da ist nur noch ein Rüstungs-Deck drauf, der andere ist runter. Was die blauen Kugeln angeht, wird Schießens in dem Run mit Baltor. Wenn alle vier Türme mit den blauen Kugeln oben auf der Minimap kaputt sind, sind das acht Kugeln. Das ist eine Kugel für jeden von euch. Wenn jeder von euch eine Kugel hat, müsst ihr bei der Wipe-Mechanik später nur der Pizza ausweichen und überlebt die komplette Arena-AOE danach. Wenn ihr Baltor habt, könnt ihr das im Normal-Modus ignorieren. So, wir hauen jetzt erstmal drauf. Er macht einen Jump. Danach ist direkt ein Wirbel. Unangekündigt. Das heißt, er wirbelt sich in eine Richtung, wie ihr seht. Danach macht er nochmal einen Charge. Da versuchen wir ihn wieder in die Wand zu bekommen. Die Granaten sind noch nicht ab zu dem Zeitpunkt. Also einfach, wenn ein Teilbruch-Skill drauf ist, versuchen Zerstörung auf ihn drauf zu hauen. Und dann macht er seinen Doppelschwing. Das ist die nächste Attacke. Wir gehen mal ganz kurz zehn Sekunden zurück, um uns die Nummer zu geben. Er macht nach diesem Charge wirklich zwei Schwings in die eine und in die andere Richtung. Und danach kommt vor ihm eine Safe-Zone. Das ist so ein Ding nach innen. Also ihr seht, ich bin ziemlich weit außen. Aber er schlägt da rechts hin. Und hier außen ist die rote Aue. Innen ist die Safe-Zone. Ich spring raus. Und direkt darauf folgt nochmal so ein Ding. Erstmal ein Innerer und ein Äußerer. Innen seid ihr safe. Wenn die Arena mega klein ist, gibt es nur diese Innenzone am Ende. Am Anfang, wie ihr seht, könnt ihr auch rauslaufen. Ist möglich. Aber die Arena wird im Laufe des Kampfes halt einfach kleiner. Und damit ist der Platz nicht mehr so gegeben. Das ist jetzt die Phase, wo die Dinger runterkommen, die grünen. Ihr seht, man versucht einfach im Kreis zu laufen. Habt ein bisschen gefettfingert. Und da kommt eine rote Aue. Überall da, wo ihr Mauern kaputt gemacht habt. Ihr seht das ganz gut auf der Minikarte oben rechts. Die 1, die 2, die 4, die 1 und die 2. Die stehen alle irgendwo am Rand der Arena, wo wir Mauern kaputt gemacht haben. Da entstehen sogenannte Safe-Zones. Eine Safe-Zone habt ihr egal, ob ihr eine Mauer kaputt gemacht habt oder nicht. Und das ist die, wo ich hier gerade mit Loaf hinlaufe. Die ist im Süden beim Turmeingang sozusagen. Da ist man immer safe. Die hat man immer. Aber 8 Leute da reinzubekommen, ist relativ schwierig. Wenn ihr nicht rauskommen solltet aus dieser Zone, dann könnt ihr hier einen Zeitgefriertrank benutzen. Und überlebt im Endeffekt damit. Danach chargt er wieder. Ich schmeiß wieder eine Korrosionsbombe drauf. Ihr seht es da. Bob-Bob ist er drin. Das fliegen wieder 7 Zerstörungsbomben. Zerstörungs-Skills. Zweiter Stack ist down. Super solide gespielt. Jetzt zieht man ihn bis 130 HP runter. Aber vorher jumpt er in dem Normalfall noch. Das ist halt der zweite Jump. Die Mechanik spielt ihr halt zweimal. In dem Fall werde ich so ein bisschen in die Mitte geschleudert. Aber ich schaff's noch nach unten, denke ich. Und alle anderen sind auch safe, wie ihr seht. Es ist halt sehr wichtig, dass da keiner drauf geht. Sonst könnt ihr neu starten. Dann kommt nochmal ein Wirbel. Er ist halt fast bei 130. Der gute Bambaroga zieht gerade den Baltor da links. Da müssen dann alle rein. Wenn ihr halt nicht den Buff hat und eine blaue Kugel, könnt ihr trotzdem bei der Wipe Mechanik safe sein. Aber ihr solltet schon versuchen reinzukommen. Da ist die Pizza. Ich bin da trotzdem ausgewichen. Und das ist der Arena Wipe. Heißt Pizza ausweichen mit blauer Kugel. Danach seid ihr safe. Bei 120 ungefähr macht er jetzt den ganzen Turm kaputt. Er wirbelt nochmal. Unangekündigt. Springt hoch. Raw Turm kaputt. Dann macht er einen Wirbel. Ihr seht es ist ein angekündigter. Er bleibt also dafür stehen. Jetzt schadet er. Aber jetzt könnt ihr kontern. Ihr seht es. Nach dem dritten Slam auf dem Boden ist er für einen kurzen Moment blau. Einfach an der Stelle einen Konter da rein. Und easy done. Dann könnt ihr Damage draufhauen. Stagger-Leist ist inzwischen auch ziemlich leer. Also wir kriegen den irgendwann gleich gestaggert. Aber wahrscheinlich nicht mehr vor der 110er Phase. Es sei denn er macht gute Attacken. Das ist eine ganz wichtige. Ihr seht hier seine Axt leuchten. Okay. Und das haben ganz viele von uns draufgehauen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie er das macht. Zwei Möglichkeiten. Einerseits genau zwischen seinen Händen. Hier so da. Also da wo jetzt gerade Bamba steht. Und so. Wenn ihr so hier so steht und so. Ein bisschen mehr zu der vorderen. Genau unterm Boss seid ihr safe. Also da entsteht so eine Safe Zone. Aber ihr dürft wirklich nicht weit außen stehen. Also Bamba sollte da safe sein. Ich versuche da gerade reinzukommen von außen. Aber es ist viel zu viel Damage gemacht worden. Und ihr werdet jetzt den Effekt sehen. Ich bin ein bisschen zu weit nach vorne. Und ich bin insta tot. Wir können uns das jetzt nochmal ganz kurz angucken. Ihr achtet jetzt nochmal gleich auf mich. Wie gesagt. Bamba steht im Optimalspot. Ich laufe jetzt ein ganz kleines Stück zu weit runter. Ihr seht es. Ich bin halt legit ein Zentimeter unter ihm. Und ich bin dead. Nur von dem Schadensreflex. Das heißt. Wenn er diese Axt da auflädt. Und die leuchtet. Am besten keinen Schaden drauf. Wenn ihr weit weg steht. Es ist besser weg zu laufen. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt verfolgt. Und versucht in diesen Safe-Spot reinzukommen. Weil das auch in der späteren Phase sehr wichtig ist. So. Jetzt haben wir eine Pizza danach. Die Pizza ist ziemlich einfach auszuweichen. Und es kommt so eine Säulenphase. In der Säulenphase wird einer von euch gefokust. In der ersten Sache von dieser Phase. Müsst ihr versuchen keine Säule zu treffen. Beziehungsweise man versucht keine zu treffen. Ihr macht solche Links-Rechts-Bewegung. Und das läuft sozusagen mit euch mit. Und wenn es nicht mehr mitläuft. Könnt ihr mit einem Movement Skill raus. Und hinter eine Säule. Also ihr befindet euch zwischen zwei Säulen. Macht immer leichte Links-Rechts-Bewegung. Wenn das rote Ding stehen bleibt. Was euch anvisiert. Versucht ihr mit einem Movement Skill hinter eine Säule zu kommen. Danach kommt nochmal ein zweiter. Und beim zweiten macht er die Säulen kaputt. Das heißt im Klartext ihr bewegt euch. Ich hätte glatt gesagt einfach YOLO in so einer Ecke und so. Und der Rest von euren Mates steht hinterm Boss. Weil der bekommt keinen Schaden. Weil wie gesagt diese Säulen hochgehen bei der nächsten Attacke. Und ihr müsst einfach nur ausweichen. Wenn das Ding dann stehen bleibt. Wir machen da immer eine ganze Arena Hälfte bei uns frei. Man kann auch weniger Platz frei machen. Aber von hinten attacken. Und der Person die anvisiert ist den Rest der Arena zu geben. Ist aus meiner Sicht die sicherste Methode. Dann kann der auch rumlaufen wie er Bock hat. Und ich hätte glatt gesagt direkt in Bewegung bleiben und rausgehen. Habe ich leider jetzt in der Aufnahme nicht drauf. Aber ich denke das ist halb so wild. Ihr seht halt man muss hinter der Säule stehen. Wenn man das Ding nicht drauf hat. Und da seht ihr dieses Ding. Er läuft unten. Alle von den anderen sind oben. Und machen Schaden auf den Boss. Und das ist halt wirklich so ein. Keine Ahnung 45 Grad Winkel nach vorne hätte ich glatt gesagt. Und er unten bewegt sich. Und da dodged er raus. Und das Ding macht die Säulen kaputt. Also da sind sie gerade rausgedodged. Jetzt kommt wieder ein Wirbel. Und die Säulen machen halt Schaden. Aber hinterm Boss ist man safe beim zweiten. Beim ersten ist man halt nur hinter der Säule safe. Beziehungsweise der der anvisiert ist. Muss rausdodgen aus dem roten. Und hinter eine Säule zum richtigen Zeitpunkt. Bei dem Ding nach innen. Ihr seht es. Es fängt außen an. Wir gehen nochmal 10 Sekunden zurück. Es fängt halt innen an. Da. Und ihr habt so eine ganz kleine Safe. So einen Außenraum. Wo ihr in jedem Fall safe seid. Weil außen kommt die nächste. Und dann seid ihr wieder innen safe. Es ist halt so ein raus rein. Und gut ist. Er macht es gleich mit einem Wirbel hier hinterher. Er lädt seine Axt auf. Slammt mal schön in den Boden. Bei dem Ding. Ihr habt jetzt eine Abfolge gesehen. Okay. Eine Abfolge wie die kommen. Die Felder leuchten ganz kurz auf. Das erste ist jetzt safe. Wenn es rausgekommen ist. Das hat jetzt Schaden gemacht. Ist jetzt auch safe. Und danach kommt das da. Er zeigt euch eine Reihenfolge wie ihr das macht. In der Arena. Arena Break bei 85 bis 80. Ihr seht den Boy dabei auf der Minimap tatsächlich. Wir haben beim Zuschauen keine Minimap. Einfach nach rechts oder links gehen. Danach ist wieder eine Säulenphase. Alle hinter die Säule als am Anfang. Bob safe. Einer wird anvisiert. So. Ihr seht es. Da wird einer anvisiert. Die anvisierte Person kann im Endeffekt rechts an den Rand der Arena gehen. Weil der zweite ist wie bei der ersten Phase. Der zweite macht die Steine kaputt. Und der erste ist wirklich eine Arena Aoe. Wo man hinter den Steinen safe ist. Bis auf den anvisierten. Ihr könnt hier in der Phase potenziell Damage drücken. Kurz. Das reicht für ein, zwei Spells. Wenn die Person da außen steht. Wisst ihr auf welche Säule kaputt geht. Die anvisierten gehen als erstes kaputt. Danach der Rest. Aber wenn ihr es ganz safe spielen wollt. Stellt ihr euch einfach irgendwo rechts oder links. Je nachdem wie ihr die Arena kaputt gemacht habt. An den Rand. Und wartet die Attacke einfach aus. Da seht ihr. Geht kaputt. Bamba dodged da raus. Weil die anderen kaputt gehen. Er ist halt komplett drin geblieben. Muss man an der Stelle wie gesagt nicht. Ist eine gute Erfahrung für später. Jetzt ist einfach wieder DPS Phase. Ganz normale Attacken. Er macht halt seine Slams. Es gibt halt verschiedene Slams. Aber das sind alles so normale Attacken. An die gewöhnt ihr euch. Die sind jetzt nicht wirklich weltbewegend. So. Bei der Attacke. Macht er so ein. Hätte ich glatt gesagt. Weißt du. Also er schreit halt so ein bisschen rum. Es geht leider im Kampf echt immer unter. Und es gibt drei Variationen. Die eine Variation ist seine Waffe leuchtet. Dann leuchtet seine Waffe nicht. Und man kann ihn kontern. Ja. So. Seine Waffe leuchtet nicht. Er ist aber auch nicht blau geworden. Die Safe Zone habt ihr ganz kurz gesehen. Ist in. Das heißt jeder der da hinten steht. Könnte jetzt potenziell noch eine Time Stop nehmen. Wenn er es verbockt hat. Versuchen reinzukommen. Hoffen dass er nicht von der Arena runtergeschmissen wird. Hoffen dass er nicht dran stirbt. Die Attacke macht ziemlich viel Schaden. Also Waffe leuchtet nicht. Safe Spot in. Was passiert wenn die Waffe leuchtet. Dann ist der Safe Spot außen. Wenn er blau leuchtet zum Kontern. Dann sollte eine Person den ersten Konter machen. Eine Person den zweiten. Und der Rest den dritten. Der dritte ist Wipe. Warum beim ersten und zweiten nur eine Person. Wenn ihr einen erfolgreichen Counter beim ersten und zweiten ausführt. Bekommt ihr einen Silence. Also ihr könnt keine weiteren Konter casten. Keine Spells machen. Der wird einfach auf euch drauf gelegt. Und der wird auch in einer AOE um euch rum gelegt. Und ihr habt dann so eine Art Aura die ihr mit euch rum tragt. Das heißt der erste macht einen Konter. Geht an den Rand ohne an einem Teammate vorbei zu laufen. Chillt da einfach. Der zweite macht genau dasselbe. Danach stellt sich der Rest vor dem Boss. Damit genug den Wipe verhindern. Und auch mal einer einen Fehler machen kann. Wenn ihr natürlich sagt ihr hittet den Konter immer. Dann egal. Dann setzt einen davor auch fein. Denn wir machen es halt so dass alle anderen beim letzten davor stehen. Und vorher immer nur einer. Danach kommen so Pfützen. Er macht nochmal ein paar Sprünge mit seiner Axt. Ba-bam. I-Z. Das Kreuz das wir schon ein paar mal gesehen haben. Ba-bam. Er haut mal wieder ein bisschen rum. Und er jumpt hoch. Und jetzt ist der Gruppen-Konter. Ihr bekommt erst bei so 65 minus HP. Pfützen unter euch gelegt. Und danach muss er gekontert werden. Er macht halt dabei einen Grab. Aber wenn alle davor stehen sollte das easy drin sein. Ihr müsst halt nur einen Konter reinbekommen. Ihr seht er ist Down-Wipe verhindert. Ansonsten tut er die Leute halt grabben die vor ihm stehen. Wenn jeder vor ihm steht grabt er da legit jeden. Und fährt damit zu einer Wand rüber. Und das macht er halt so lange bis die Leute tot sind oder er alle in der Hand hat. Wenn er durchs Portal geht, chargt er raus. Die Charges sind komplett zufällig auf irgendwelche von euren Leuten. Es kann sein, dass du zwei oder drei Charges in Folge abbekommst. Es kann auch sein, dass du für die ganze Phase safe bist. Was hier hilft, ein bisschen aufteilen. Ich kuschel immer ziemlich gerne mit der Wand. Weil man durch diese Abrundung immer so ein paar kleine Safe-Stones noch dazwischen hat. Je nachdem ob man hoch oder runter läuft. Und man muss halt aufpassen. Ihr seht hier bei dem Portal oben rechts den Boden so ein bisschen leuchten. Und das ist tatsächlich den Pfad den er nimmt. Also man hat da so ein bisschen Leuchten auf dem Boden von den Portalen aus, wo er hingeht. Ist ein bisschen schwer darauf zu achten, wenn ihr wirklich viele abbekommt. Falls ihr mal mittendrin liegen solltet. Die machen, wenn die euch mehrfach treffen. Echt harten Schaden. So, dann kommt er irgendwo raus. Jetzt ist er halt hier in die Mitte gejumpt. Er kann auch in die Mitte chargen. Er kann auch irgendwo außen enden. Müsst ihr mal je nach Situation gucken. Wirbel wieder. Ich weiß gar nicht, ob er uns einen Freeze zeigt. Mal schauen. Da macht er einen Grab. Ihr habt es gesehen. Er hat einen in die Hand versucht zu nehmen. Wir gehen nochmal zurück. Den macht er halt nach dieser Gruppen-Konter-Phase von 65 schon doch mal regelmäßig. Später in der Ghost-Phase hat er drei bestimmte HP-Werte, wo er es macht. Er chargt halt in eine Wand, dreht sich um und pustet. Jeder, der in dem Gelben drin steht und nicht gegen eine Außenwand geflungen wird, ist im Endeffekt von der Arena runter. Aber ihr könnt das halt im Gelben Bereich tatsächlich Timestoppen. Ist drin, wenn ihr wirklich nicht mehr sagt, ihr kommt raus. Aber im Normalfall schafft man das. Zumindestens da noch. Bei 35 bis 30 kommt gleich das Ding. Okay, wir sehen halt nochmal, er hat nochmal sein Ding mitgemacht, wo man nach innen muss. Aber bei 35 bis 30 kommt gleich der andere Break. Da bricht halt die andere Arena-Seite, die noch ganz ist. Da ist wieder der Damage-Stop, weil er den Schaden reflektiert. Die hauen wieder weiter drauf. Einfach wieder ein bisschen Normal-Attacks, also seinen normalen Attacken. Da gehe ich halt wirklich nicht drauf ein. Die lernt ihr und jetzt macht ihr die rechte Seite kaputt. Ihr geht ganz hier nach links, wo der Ping ist. Er wirbelt. Der letzte Wirbel von ihm hat so ein bisschen Delayer. Man sieht, dass er wirbelt halt immer schneller und der letzte zieht so ein bisschen nach, was wirklich schon mal dazu führt, wenn ihr nicht zu lange links steht, dass irgendwer von euren Leuten zu früh reingeht, einen Wirbel-Hit bekommt und er fliegt aus der Arena. Ja, schon passiert. Jetzt kommen wieder Pillars. Erstmal wieder brav dahinter. Danach fokust er einen an. Der kann ein oder zwei Säulen kaputt machen. Die gehen als erstes hoch und der Rest muss dann da rein einweichen. Ihr seht, hier Leberwurst läuft. Die Pillar geht kaputt. Alle versuchen jetzt da runter zu preschen. Danach macht er eine Attacke. In dem Fall ist es der Charge. Er kann den Wirbel machen. Er kann einen Slam machen, der euch raushaut. Er kann mega viele Attacken im Endeffekt danach machen. Also da gibt es wirklich Auswahl. In dem Fall ist es der Charge, der jetzt schätzungsweise gekontert wird. Bob. Wieder Damage-Stop. Einfach in die Safe-Zone stellen oder weit außen stehen. Weit außen ist hier ein bisschen risky. Wirbel, ne? Willst du nicht gefangen sein, außer du hast halt ein Schild. Gun-Lancer hat es halt gut, ne? Dann kommt wieder die Raus-und-Rein-Sache. Er chargt wieder. Wenn man den Konter verhaut, liegt man auch ganz leicht außerhalb der Arena. Und bei 17 HP geht es in die nächste Phase. Da geht es in die Geist-Phase über. Gucken wir uns aber gleich an. Wir haben nochmal den Wirbel, wo er sich bewegt. Er ist ganz knapp halt inzwischen an den 17 HP. Es sind drei Leute tot. Damage-Stop. Schön gemacht. Alle überlebt. Und er hat die 17 HP. Jetzt gucken wir uns gleich die Mechanic an. Da sind auch nochmal zwei fast raus. Glück gehabt, dass sie nicht rausgeflogen sind. Er geht in ein Portal rein. Er setzt sich eine rote Zone hier unten. Jetzt macht er eine Pizza. In dem ersten Pizza-Feld seid ihr safe. Da wird Baltor gezündet. Baltor verhindert, dass ihr in den nächsten Folgen Sachen runterfliegt, auch wenn ihr mal Scheiße baut. Er slammt so rein und unter euch kommen so Pfützen im Endeffekt. Da müsst ihr halt wirklich aufpassen, dass ihr nicht zu viele davon auf einen Teammate setzt, der vielleicht langsamer ist als ihr. Weil wenn er da nicht mehr rauskommt, kann es dem relativ schlecht gehen. Wir gucken uns das nochmal zum Bonus an. Also wirklich die Pizza ist vorbei. Die Leute bekommen Baltor, er slammt. Ihr seht hier wirklich langsam die Pfützen unter den ganzen Leuten. Und die machen halt auch ganz gut Schaden. Danach hat er so eine Safe Zone vor sich. Er macht wieder so ein Ding. Normalerweise müsstet ihr bei der Mechanik hinter einem der Steine stehen. Und die Steine würden dann kaputt gehen. Und ihr müsstet rausziehen in die freie Fläche. Aber da wir Baltor gezündet haben, können wir da stehen, wo kein Stein ist. Das geht halt wirklich nur mit Baltor bei dieser 17 HP Sache. Ihr könnt übrigens auch, wenn er in den Boden slammt, so nach 2, 3 Slams, hätte ich glatt gesagt, also hiebende Timestopp reinwerfen. Und dann steht ihr im Endeffekt alle vorm Boss safe und müsst nicht nochmal in diesen Kreis rein dodgen. Er fällt auf den Boden, die Steine gehen kaputt und jetzt ist die Ghost Face. Er geht jetzt wieder auf 40 HP Balken hoch. Und sobald er in dieser Ghost Face ist, kann er einen Grab machen. Bis von 40 bis 36 ziemlich random gefühlt, dass er den Grab macht. Also ich meine, er kann wirklich bei 39, wir haben ihn teilweise schon mal erst bei 36 bekommen. Deshalb sage ich, der erste ist nicht unbedingt so HP akkurat. Der zweite ist bei 26 und der dritte ist bei 13. Da müsst ihr jetzt die Geister kontern. Da oben ist ein Geister halt erschienen. Und wenn ihr den kontert, bekommt ihr halt links oben aufgeladen. Und das Ziel ist es zumindestens, einen Siren hier rauszubekommen, weil der zieht 10 HP Balken vom Boss ab. Wenn ihr da gekontert habt, haut ihr einmal auf den Boss drauf und ihr habt gesehen, er hat hier oben einen Stack verloren. Der hat hier jetzt 4 Stacks am Anfang gehabt, ist auf 3 runter. Das ist wieder so ein typischer Damage Reduce. Der bekommt als Geist auch nochmal Rüstung, so ähnlich wie in Phase 1. Nur dass er hier halt die Geister an der Außenseite kontern müsst, ihm einen Hit geben dürft und dann ist ein Stack weg. Wenn die runter sind, macht ihr wieder ganz normalen Schaden. Da ist wieder Damage Stopp. Er wirbelt. Man muss also auch versuchen, ganz gut Schaden zu machen, weil wie gesagt, Siren nimmt nur 10 Lebensbalken weg. Da ist wieder der Konter. Er haut drauf, 2 Stacks noch drauf. Super gut gespielt. Da ist der nächste. Bob, haben sie auch solide gemacht. Einer übrig in Safe Zone. Alle noch safe. Ein Stack nur noch drauf. Siren ist schon zur Hälfte aufgeladen. Sie haben noch 2 Minuten. Batsch. Und Batsch. In der Phase müsst ihr wirklich diese ganzen normalen Attacken relativ solide spielen. Ich meine, ein Fehler und ihr werdet wirklich von der Arena runtergeschleudert, wenn ihr nicht gerade Super-Armor habt. Weil die ist ja wirklich so klein. Aber er bleibt, was man dazu sagen muss, in dieser Geistphase wirklich in der Mitte stehen. Also ihr seht, er dreht sich wirklich nur in dieser Mitte. Er bewegt sich nicht mehr. Wenn er sich mit einem Wirbel bewegen würde, wäre es wahrscheinlich mega easy von der Arena zu fallen. Außerdem ist es bei so einer kleinen Fläche super eklig, wenn der irgendwo am Rand stehen würde. Da ist der Grab bei 26. Keiner hat sich grabben lassen. Er dreht sich um. Da geht man wieder raus, wenn man sonst von der Arena fliegt. Alles richtig gespielt. Man sieht halt bei diesem Grab. Wir kriegen den wahrscheinlich nochmal. Okay. Ganz knapp nicht bekommen. Wir geben uns nochmal kurz den Grab, damit man die Hitbox halt sieht. Ihr seht, das ist einfach wirklich in so einem Kreis. Und das ist mehr als ein Halbkreis von genau vor ihm. Und es ist aber nur wirklich im vorderen Umkreis. Wenn ihr weiter weg steht, ihr seht da oben beim Baroga und Swart Terrell stehen weiter vorne. Die werden da auch nicht gegriffen. Ihr seid hinten safe. Ihr habt relativ viele Saves. Und ihr müsst halt nur im Kopf behalten, dass das bei diesen HP-Zahlen passiert. Also so bei 39 HP-Balken bis 36. Irgendwann bei 26, bei 13 später. Meistens passieren tatsächlich die meisten Unfälle, sobald der bei 40 HP da reinkommt. Weil die Leute einfach sich denken, ja gut, Geistphase, ranhalten schaffen wir. Und dann verpassen sie diesen ersten Grab und landen in der Pampa. So, jetzt ist Siren ab mit einer Minute drauf. Dadurch verliert der Boy halt 10 HP-Balken. Damage-Stop ist drin. Sie lassen sich gerade noch ein bisschen Zeit mitzünden. Sie haben noch 50 Sekunden Zeit. Da ist der Siren draußen. Ihr seht, der macht jetzt ganz gut Schaden. Er ist auf 9 HP-Balken runter. 40 Sekunden. Und jetzt müssen es die Jungs nur noch ausspielen. Da ist der nächste Grab. Der ist jetzt halt durch Siren echt spät gekommen. Also Siren hat ihn ja von 19 auf 9 HP-Balken runter gemacht. Im Endeffekt die 13 HP gestackt. Also macht er seine Attacke hier zu Ende. Ihr seht, der nächste Grab. Er hat zum Glück keinen erwischt. Alle sind in letzter Minute raus. Und damit fliegt halt auch keiner runter. Bamba, Time-Stop sich. Also im Zweifelsfall, wenn ihr wie gesagt nicht rauskommt. Time-Stops sind bei solchen Attacken mega gut. Auch bei der Attacke oder allen anderen, von denen ihr euch treffen lässt. Wenn ihr früh genug noch eine Time-Stop zieht. Also so ein Zeitgefriertrank, seid ihr safe. Aber ausweichen ist hier alles. Jetzt hat er halt seinen letzten HP-Balken weg. GG dann. Stille im aufgewühlten Land. Raid fertig. Da kippt der Gute um und schreit nach Carmine. Ja, weil Carmine ist halt böse, ne? So ist das. Kann man nichts machen. Und kippt um. Mach's gut, Waltern. Ja, und das war im Endeffekt der ganz, Fight gegen Waltern. Ich hoffe, ich hab den gut genug erklärt. Wenn ihr halt fertig seid, habt ihr natürlich noch ein paar Sachen, auf die ihr bieten könnt. Ihr könnt euch eine Kiste rechts nehmen. Ihr bekommt ein bisschen Gold. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hat auf jeden Fall gut getan, das zu machen. Und das war's dann für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.